Das ist ein bisschen der Eindruck, der hat sich auf den Weg gebracht. Also, war heute eigentlich noch ein Eindruck weiter? Mit Bedingen noch? Bei Eisen noch? Nee. Aber raus? Ich hab immer gesehen, weil du mein Rau bin nicht, ich würde nicht schütteln. Ja genau. Nee, aber ich trau nicht so. Was hast du jetzt rausgefüllt? Ich nicht, Alter. Hab ich eh nicht? Ich gucke dich nicht, ich gucke dich nicht. Was mach denn? Es wird einmal sein, aber... Okay... Wir stehen noch schlecht. So, wir wollen es noch weiter im Trunk. Vielleicht müssen wir in den Kasten besitzen. Wir sagen, wir haben den Martin gesehen, hier im Besitz. Okay. Wie ist das denn? Wie ist das denn? Wie ist denn? laughing Der kommt ins Brust Was ist denn alltid? Das muss ich machen, dann quediere ich flour Watch. Nicht, wir würden das nicht einfach nur damit. Nein, wir würden das nicht einfach. Dann CAME, wir würden das nicht wahr? Ja, scheiße, gar nicht. Schauschen, irgendwann. Ja, ja. Denk auch, ja. So, jetzt alle Geheimsagen. Was dann überhaupt beleidigt ist, morgen schauschen. Guter Sekunden. Guter Sekunden, hat sie bestens mit mir oder? Sein Vater hat immer gesagt, du musst ihn erziehen, dann sagt er, den kann ich nicht mehr ziehen, das ist schon spät, das ist Katzenbogen, schon du. Ja, das steht jetzt an. Nicht bald. Ja, du hast eine gute Chance. Ja, genau, ich meine Mutter. Hast du in die Gäste, Tim? In die? Ja. In die gut, alles gut. Ja, gut, ja. Lecker. Aber gleich Gewürz. Warum nicht? Du ja, aber sonst alles drauf noch nicht. Salz. Du bist ein Salze, ein Fisch-Ehring, ein Salze-Fisch-Ehring. Nur Fack, bitte. Ja. Du bist allgemein. Du bist allgemein, du bist allgemein. Aber das zeigt mir, du bist allgemein, du bist allgemein. Ja. Du kannst mir gerne, du bist allgemein. Ja. Der schickt mir immer Bilder vom Essen und dann sagt er immer, ja, war recht der Schlüssel. Das war immer nicht gemeint, oder? Dass jeder, der sie weglegt, war schön, ja. Ja, genau, bis gleich. Das ist ein Nutzer, was er schreibt. Ja, bis gleich. Ja, genau. Ja, das ist mir ein bisschen wahr, ich habe alles vergessen. War danach, ja? Nur, ich glaube, beim Essen fällst du ein, so. Letztes Mal, du hast auch gesagt, du lade Chris ein. Ja, da ging noch ein Schwer, fertig mit dem Essen. Stimmt, ja, stimmt. Nein, ich war ein Lade-Eis. Nein, wir fanden jetzt ein Lade-Eis. Oder wir fanden jetzt was zu Huyck, hast du gemeint. Ja, hast du gesagt? Ja. Also nachher, das ist ein Lade-Eis. Viel zu spät. Hast du eigentlich da, was Raben brauchtest? Ja, das ist früher, also. Ah, die Raben, gell, ja, wo du sie geklässt hast. Ja, ja, ja. Hast du sie gegessen? Ja, ich habe sie eigentlich gemacht. Ich habe auch noch ein Bild bekommen. Ja, ich bin nicht gewesen, Alter. Ich bin nicht gewesen, Alter. Du wachst, der hat zur zweiten Hand sind reingekocht, einfach. Ja, war nice. Das ist ein Lade-Eis. Das war die Bärchen. Ja, das war die Bärchen. Ja, so machen wir auch. Da hat man ja noch ein Lade-Eis kann man kippen. Man kann mal ein Lade. Ja, wann war sie da? Aber war ewig halt, gell? Ohne machen wir da. Ohne machen wir da. Das letzte Mal, da war raus, nicht? Ne, das war's gut. Ja, natürlich. Das war schon einmal durch die Jahre, so, ja. So wie der Beistad immer grüßt, oder? Seit ich bin, der war so schlecht. Seit hier haben wir so schlecht in der Essen. Ja, das war schon. Das war schon, gell? Ja, und dann war auch mit den Küchen. Ich hab's gesagt, ihr habt drei Taschen Brot. Ich hab's gesagt, ich hab's gesagt, ihr habt drei Taschen Brot. Also so. Ne, was sagt das? Das ist ein bisschen drin. Ach, steht. Ich bin hier. Wo ist jetzt der Weintrücker? Ja, muss ich noch machen. Wohl Geld geben. Nur eine Portion, oder? Er dabei. Das ist eine Box, die große. Ja, das kann man schon machen. Wo ist denn? Alles gut. Boah, dann hätte ich nicht was warten. Dann läuft gerade das Zappen aus dem Mund. Das ist... Pett. Ja, das ist echt scharf nochmal. Die Rieger Gäse, der versteht nicht wie du. Was? Ja, gib dir mal so einen Löffel auf den Klappen, ja. Das steht noch scharf oder das. Das ist jetzt natürlich. Das ist gerade ein Fahrerschaden. Ja, das ist doch... Ja, das kann schweig essen. Normaler kann das nicht essen. Also inzwischen drückte Ausschritte. Ah, inzwischen drückte Ausschritte. Ja, nein, nein. Ich weiß noch, wo Nico und Erich da waren, zu Sukiyaki essen, wo wir scharf reingeballert haben. Junge Wei ist so richtig am Tritteln. Der Lief der Schweiß. Ja, das ist gut. Guten Wasserpies. Ja. Aber schon noch die meinte Kombi, das von der Frühjahr. Ja, ich hab heute auch gedacht, das wäre zufrieden. Aber was hast du mit dem Sack geholt? Frische Leer oder was? Was hast du mit dem Sack geholt? Nein, Ding. Von drüben, geht weg. So geht's hin. Mit dem Sack geholt.